Und wir sind wieder zurück bei Trouble in Terrorist Town, hier in dieser, was ist das, Taliban-Zentrale hier. Genau. Ich fall runter. Jetzt bleib ich wieder bei Ruko hängen und... Ruko, bleib ich bei dir hängen. Oh oh. Oh okay, oh die Map. Ich lass die nicht so sehr. Oh die schlimm. Ich mag die. Oh mein Gott, hier kann man gar nicht den Leuten ausweichen. Das ist eine Scheiße. Ja komm, das machen. Egal. Der hat das Schöne. Ich weiß nicht, durch welchen Gang ich gehen kann. Hier in den Gang ist. Ja jetzt darf ich das Ganze nochmal sagen, willkommen zurück. Ich bin fast tot. Warum? Auch von meiner Seite willkommen zurück nochmal, auch wenn ich schon angesagt habe. Eeeh. Mit allen üblichen Verdächtigen, die ich schonmal angesagt hab. Mit, äh, ihr hört Gebrabbel. Blablabla. Ruko ist uninteressant, das wissen wir alle. Das ist verhalten, umgekehrt das halten. Lachen. Hahahaha. Boah, das schräg mich nicht. Hahahaha. 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 Bitte nicht schließen, ich bin fast tot. Oh mein Gott, ich hab noch keine Waffe ey. Verdammt noch. Hahahaha. Boah, es ist Doktura! Hahahaha. Hahahaha. Es ist Doktura! Hahahaha. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ja, ja. Er wollte es dir gerade mit dem Drachenlord machen. Okay. Er wollte es dir gerade mit dem Drachenlord machen. Nein, er wollte es mit dem Drachenlord machen. Ah, Moment mal. Ah, ich hab wieder Leben. Dann komm vor mir bitte. Hat denn keiner drauf geachtet? Ah, Chewie ist da. Ah, keiner hat drauf geachtet. Hi Chewie ist da. Grüße. Ja, ist auch schon auf dem Server. Ja, aber jetzt kann ich ihn auch besser begrüßen. Einen wunderschönen. Hallo. Ja, also nochmal von vorne. Nochmal hallo. Nochmal einer dazugekommen, der Chewie. Oh, noch mehr Menschen. Äh, falls ich mich jetzt mal kurz nicht bewege, ich muss Chewie mal ganz kurz in den Lauter stellen. Der ist ganz leise bei mir. Mensch, das hab ich vorher gewusst. Warum bist du hört? Ein kleinen Moment bitte. Warum ich hört bin, weil ich runtergefallen bin. Oh Gott. Das heißt wirklich, dass ich das nicht war, ne? Chewie? Ich weiß es nicht. Chewie kam von hier, wartet mal, wartet mal. Gut, 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 gut. Der Bereich besteht ganze Zeit in ner Ecke. Das liegt daran, weil ich gerade Chewie verstärken muss. Ja, ja, das wird schon besser. So, ich bin grün, ich bin grün, ich bin grün. Du hättest böse Präne aus. Sag wo? Oh mein Gott, Rukusta, geh weg. Nein, nein, ich bin's doch nicht. Ich bin's doch definitiv nicht. Nein, nein, nicht schon. Oh, Rukusta wird wieder schon nach Hilfe. Mein Herz blutet noch vom letzten Mal. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Sag Rukusta mal. Rukusta, hast du's denn ganz gut überstanden? Ich hab grad seinen Abschluss. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, ich hab mich so erschrocken. Oh, fuck. Mach sowas nicht. Ach, du kacke, diese bescheuerten Fallen. Oh, Mann. Ich dachte, ich hier so behindert draufgehe. Oh, das ist ja so scheiße. Ach, keine Ahnung, wie war das. Wieso bin ich denn schon wieder hier? Ah, hier. Ja, 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 hier. Oh mein Gott. Endlich. Endlich ne vernünftige Wumme. Nein. Scheiße. Was mach ich da? Nein, ich will hier raus. Ich will hier raus. Mach das. Nein. Ja, pass auf. Das sind Pfeilen, ne? Ich bin in dem Rahmen mit dem Wenden. Hilfe. Oh Gott. Nein. Ich will hier raus. Äh, Graxo, hilf ihm. Ich muss weg. Ich will hier raus. Wo ist er denn? Ja, der ist hier nach links gelaufen. Von dir aus rechts, glaub ich. Nein. Und wer liegt hier? Keine Ahnung. Scheiße, wie geht man nochmal durch die Falle, ey? Ich hab's echt vergessen. Scheiße. Was? Durch die Falle kommst du ganz einfach? Nein. Schnauze. Ah, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Es ist Noctura. Ja, das ist Noctura. Ja, das bin ich. Ich hab' beschossen. Ich hab' beschossen. Es ist Noctura. Usa. Ach komm. Ich treff' auch überhaupt nicht. Was soll denn der Kack? Ohhhh. Fuck it. Leck mich doch am zapfen, ey. Ich bin so blöd. Ich hab' nur jemand reingehen sehen und ich drück' einfach, ey. Ne. Das Wetter ist überhaupt nicht meins, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Ich hab' mit meinem Traitor-Partner einfach mal ungesucht. Was soll die Kamera raus? Da vertraut man einmal. Ich trau' ja nicht mehr. Ah, fuck, ey. Alter, Schuhi, warum hast du nicht gemacht? Okay, drei Tra- drei Traitor. Das ist mir jetzt echt zu viel, ey. Ich bin da lang gelaufen, dann was da du. Ich wollte gerade, ich wollte gerade Tobi machen. Pfff. Alter! Wer ist da jetzt? Lol, Luca. Luka läuft bei dir ziemlich rund, ne? Ja genau, wir waren der andere. Ach du Scheiße, schon einen Tod. Oh Gott. Boku ist immer sehr verdächtig. Ja, du bist Vorbereitungszeit, hallo? Ist egal, die übt schon mal vor. Ja, ja klar. Wer hat mich denn so runtergeschubst, ey? Dieses Streber immer. Niemand. Wer hat mich denn da so runtergeschubst, dass ich, äh... Ich war's nicht. Weiß nicht, ich war auf einmal so schnell da unten. Oh Gott, ich hab keine Waffe und lauf hier mit so nem Scheiß Kehrbesen rum. Ja, ich hab ne Pistole. Glaubt ihr, wenn ich euch sage, ich bin Inno? Nö. Nee. Auf gar keinen Fall. Ich bin auch innocent. Und ihr trau ich schon mal gar nicht rum. Geh weg. Ihr könnt mir trauen. Was ist das? Ja, 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 ja. Ich bin innocent geboren. Okay, wenn ihr mir nicht trauen könnt, dann mach ich's. AAAAAAAH! Mal ganz ehrlich, wo sind hier die Waffen? Scheiße! Ey, der Tobi eben gerade, du bist so sehr gut runter. Ich hab´ dir jetzt erst echt geglaubt, dass du Doktổ gemacht hättest. AAAAAAAH! Ich hab ne Pistole, Gott sei dank. Voll hen? Warum lifst du mich hinterher? Moment, wir... Vorhin? Oh mein Gott... das war nur was hinter mir ist aber ich habe gesagt dass du mich damit da wenn ich rot wäre davon spricht sowie sowie okay antwortet nicht dann ist es wo ich habe ihnen noch wo auch wenn ich ich halte auch bloß abwärts die hallo klar er hat aber durch den schacht hier das geht gar nicht aber was macht ihr hier zeigt sich lieber nicht ich hab probier mal was aus ich bin aber auch nix besseres als eine scheiße ich habe das Gefühl ich gleich irgendwo eine Falle aus richtig Ruko ist tot ah schön oh der war unschuldig oh der war unschuldig ach was trifft keinen falschen es trifft ja nie den falschen tralalalala er hat verdient Alter Psyko was das ich kann nicht sagen warum ich muss dich leider töten Rache für Psyko Dad wie viele Trader gibt es jemals stimmt hier nicht ja ganz komisch naja jemals stimmt hier wirklich nicht ok da ich es nicht bin kann es einer von euch dreien sein nja ey wer ist das jetzt werde ich hier von Fässern belästigt hier ach toll ja dann weißt du wie schön das ist NEIN WEIS I NICHT was weißt das hab ich keinen Schaden gekriegt scheiß wie kann man sich denn hier bitte verlaufen das geht das geht naja hab ich jetzt auch gemerkt hm stand da wer ist da ah doch Luca jaja hä aber das stimmt wirklich nicht oder na wie hast du jetzt alles schon alleine gemacht ich hab die scheiß Tür gesucht ich dachte dass er nicht einfach eine Tau in der Hand ja sehr gut die Taube die sich anhört wie ne Möwe he 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 jetzt einfach nochmal den Regenbogen zur Feier des Tages hoff Luca was machst du da oh das hat nicht so ganz oh ich dachte man kann gar nicht mehr sterben danach scheiße kacke Rucu du hast nen Serverfehler hör mal wir sterben trotzdem ja hui sterben trotzdem AHH nicht schon wieder das ist ja alles minus fünf minus fünf aber das ist doch halt eure Kupfe her setzt ihr den Auffall JA ! Warum bist du verletzt? Da warst du aber grad richtig schnell. Warum? Warum hast du mit dir eine Maske auf? Das Gute. Weil wegen Maske. Weil die Garten oder E-Rasko. Aaaaah. Weitergehen weitergehen weitergehen. Wenn du euch das Nuka durchgegangen hast, vielleicht aktiviert die das. Was? Ja die Falle da. Ich kann nichts aktivieren, weil ich nur ne Mac hab. Ne Mac oder? Ne Mac? Was ist das denn? Return of the Mac. Return of the Mac. Hinter dir, hinter dir. Kein Mac für dich aus. Hinter dir, hinter dir. Da hinten ist Tobi, der ist doch viel gefährlicher. Ah! Was? Ah! Nein! Fuck! Fuck! Oh nein, da bin ich nicht lang. Roku, was hast du in der Hand? Vergehen es. Ich nicht. Ich auch nicht. Hallo Roku, schieß mal. Hallo. Dann passiert also, wenn man nur mit Kerlen zusammenspielt. Was hast du in der Hand? Ich würde es nicht wissen. Ja, meine Frau ist aber auch ein bisschen abstrakt, findest du nicht? Hey. Hast du auch ziemlich zu viel in den Gang. Was bin ich? Oh, warte mal, da wird geballert. Der hat geballert hier auf ihn. Der hat geballert hier auf ihn. Das war Spaß. Guck. Aha. Das war aber lustig. Das war Spaß. Das wird ihm reichlich Blut. Ich trau' denen kein Meter weit. Hi. Du kampelst so dolle. Was ist Spaß? Na ja, geht schon. Erst mal mal auf, so komisch zu laufen. Ah, Roku war Trader. Roku ist er schon. Roku ist er schon. Roku. Roku. Ja, ja, und der zweite? Roku. Ich war's. Das Problem ist, er hat auf mich geschossen und mein Bildschirm würde komplett... Ich hab nix mehr gesehen. Ich konnte dich nicht mehr... Warum ist das so? Ist das ein geiles Spiel? Muss man schon sagen. Aber macht Spaß. Das ist so. Ja. Das ist völlig normal. Uaaaaaah. Ich schieße. Das ist irgendwie komplett raus. Das ist irgendwie komplett raus. Roku. Aha, aha, werden sie jetzt nicht sterben. Niemand. Ach, scheiße. Niemand. Doch. Das ist doch schwer läuft. Du weißt, das geht nicht halt. Oh, der ist nebenher schon wieder drauf gegangen. Niemand. Ihr müsst einfach dagegen halten. Bestimmt Doktura. Nee, ich lebe. Mann, ich. Echt? Ja, ja, ich lauf hier rum. Oh, tatsächlich. Das haarige Ding da. Das haarige Ding da. Das läuft hier rum. Rrrrrr. Rrrr. Rrrr. Das ist jetzt auch so. Ja, ja, ich will mir bloß eine Waffe aussuchen. Und zwar ist es hier oben. Das ist interessant, wie oft man einen Namen hintereinander sagen kann, bevor man einen ganz anderen Namen hat. Hä? Rrrr. 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 Nein, die sagen entweder Huka oder Nuku. Nuku, komm mal ran auf den Meter Nuku. Ja, ich hab meinen Sniper wieder. Der Psycho ist bei mir. Hast du irgendwas vor? Der hat was vor. Der hat so diabolisch gegrinst, deswegen bin ich weggegangen. Du siehst genau so aus wie ich. Nicht hauen. Warum sehen wir alle gleich aus? Warum liegt überall Stroh? Ich geh lieber weg von hier. Mir ist hier alles aus Stein gebaut. Huko, sag mal was. Sag bitte was. Was machst du denn? Ja, was machst du denn? Ja, wenn du mir Angst machst, hau ab. Ja, ich geh schon. Ja, danke. Ja, sehr gerne. Löblich. Löblich, ja. Sehr löblich. Sehr, sehr löblich. Boah, der ist ja schon wieder hier. Ja, der schießt auf mich. Der Chumis schießt auf mich. Ja, er ist Herr Räther. Ja, er ist er. Scheiße. Das geht aber schnell. Das ist das Safety Ding. Nach einer gewissen Zeit verbrennst du, wenn du oben bleibst. Aber gut gemacht, weil ich hab erst, erst wirklich, als du auf mich geschossen hast, gemerkt, okay, er muss jetzt sein. Da war es nach der 8. oder 9. Kugel. Wie einer unter 7 untergeht, ne? nicht gut akutiert. Ja, da favourite, Vielen Dank.